Was Philosophie sei und was sie wert sei, ist umstritten. Man erwartet von ihr außerordentliche Aufschlüsse oder lässt sie als gegenstandsloses Denken gleichgültig beiseite. Man sieht sie mit Scheu als das bedeutende Bemühen ungewöhnlicher Menschen oder verachtet sie als überflüssiges Grübeln von Träumern. Man hält sie für eine Sache, die jedermann angeht und daher im Grunde einfach und verstehbar sein müsse oder man hält sie für so schwierig, dass es hoffnungslos sei, sich mit ihr zu beschäftigen. Was unter dem Namen der Philosophie auftritt, liefert in der Tat Beispiele für so entgegengesetzte Beurteilungen. Für einen wissenschaftsgläubigen Menschen ist das Schlimmste, dass die Philosophie gar keine allgemeingültigen Ergebnisse hat. Etwas, das man wissen und damit besitzen kann. Während die Wissenschaften auf ihren Gebieten zwingend gewisse und allgemein anerkannte Erkenntnisse gewonnen haben, hat die Philosophie dies trotz der Bemühungen der Jahrtausende nicht erreicht. Es ist nicht zu leuchten. In der Philosophie gibt es keine Einmütigkeit des endgültig Erkannten. Was aus zwingenden Gründen von jedermann anerkannt wird, das ist damit eine wissenschaftliche Erkenntnis geworden, ist nicht mehr Philosophie, sondern bezieht sich auf ein besonderes Gebiet des Erkennbaren. Das philosophische Denken hat auch nicht, wie die Wissenschaften, den Charakter eines Fortschrittsprozesses. Wir sind gewiss viel weiter als Hippokrates, der griechische Arzt. Wir dürfen kaum sagen, dass wir weiter sein als Plato, der griechische Philosoph. Nur im Material wissenschaftlicher Erkenntnisse, die er benutzt, sind wir weiter. Im Philosophieren selbst sind wir vielleicht noch kaum wieder bei ihm angelangt. Dass jede Gestalt der Philosophie, unterschieden von den Wissenschaften, der einmütigen Anerkennung aller entbehrt, das muss in der Natur ihrer Sache liegen. Die Art, deren ihr zu gewinnenden Gewissheit, ist nicht die wissenschaftliche, nämlich die gleiche für jeden Verstand, sondern ist eine Vergewisserung, bei deren Gelingen das ganze Wesen des Menschen mitspricht. Während wissenschaftliche Erkenntnisse auf je einzelne Gegenstände gehen, von denen zu wissen keineswegs für jedermann notwendig ist, handelt es sich in der Philosophie um das Ganze des Seins, das den Menschen als Menschen angeht, um Wahrheit, die, wo sie aufleuchtet, tiefer ergreift, als jede wissenschaftliche Erkenntnis. Ausgearbeitete Philosophie ist zwar an die Wissenschaften gebunden. Sie setzt die Wissenschaften in dem fortgeschrittensten Zustand voraus, den sie in dem jeweiligen Zeitalter erreicht haben. Aber der Sinn der Philosophie hat einen anderen Ursprung. Vor aller Wissenschaft tritt sie auf, wo Menschen wach werden. Diese Philosophie ohne Wissenschaft vergegenwärtigen wir an einigen merkwürdigen Erscheinungen. Erstens. In philosophischen Dingen hält sich fast jeder für urteilsfähig. Während man anerkennt, dass in den Wissenschaften Lernen, Schulung, Methode, Bedingung des Verständnisses sei, erhebt man in Bezug auf die Philosophie den Anspruch, ohne weiteres dabei zu sein und mitreden zu können. Das eigene Menschsein, das eigene Schicksal und die eigene Erfahrung gelten als genügende Voraussetzung. Die Forderung der Zugänglichkeit der Philosophie für jeder Mann muss anerkannt werden. Die umständlichsten Wege der Philosophie, die die Fachleute der Philosophie gehen, haben doch ihren Sinn nur, wenn sie münden in das Menschsein, das dadurch bestimmt ist, wie es des Seins und seiner Selbst darin gewiss wird. Zweitens. Das philosophische Denken muss jederzeit ursprünglich sein. Jeder Mensch muss es selber vollziehen. Ein wunderbares Zeichen dafür, dass der Mensch als solcher ursprünglich philosophiert, sind die Fragen der Kinder. Gar nicht selten hört man aus Kindermund, was dem Sinne nach unmittelbar in die Tiefe des Philosophierens geht. Ich erzähle Beispiele. Ein Kind wundert sich. Ich versuche immer zu denken, ich sei ein anderer und bin doch immer wieder ich. Dieser Knabe rührt an einen Ursprung aller Gewissheit, das Seinsbewusstsein im Selbstbewusstsein. Er staunt vor dem Rätsel des Ichseins, diesem aus keinem anderen zu Begreifenden. Er steht fragend vor dieser Grenze. Ein anderes Kind hört die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und fragte alsbald, was war denn vor dem Anfang? Dieser Knabe erfuhr die Endlosigkeit des Weiterfragens, das Nicht-Halt-Machen-Können des Verstandes, dass für ihn keine abschließende Antwort möglich ist. Ein anderes Kind lässt sich bei einem Spaziergang angesichts einer Waldwiese Märchen erzählen von den Elfen, die dort nächtlich ihre Reihen aufführen. Aber die gibt es doch gar nicht. Man erzählt ihm nun von Realitäten, beobachtet die Bewegung der Sonne, erklärt die Frage, ob sich die Sonne bewege oder die Erde sich drehe und bringt die Gründe, die für die Kugelgestalt der Erde und ihre Bewegung um sich selbst sprechen. Ach, das ist ja gar nicht wahr, sagt das Mädchen und stampft mit dem Fuße auf den Boden. Die Erde steht doch fest. Ich glaube doch nur, was ich sehe. Darauf? Dann glaubst du nicht an den lieben Gott. Den kannst du doch auch nicht sehen. Das Mädchen stutzt und sagt dann sehr entschieden, wenn er nicht wäre, dann wären wir doch gar nicht da. Dieses Kind wurde ergriffen von dem Erstaunen des Daseins, es ist nicht durch sich selbst. Und es begriff den Unterschied des Fragens, ob es auf einen Gegenstand in der Welt geht, da will es selber sehen und hören oder auf das Sein und unser Dasein im Ganzen. Ein anderes Mädchen geht zum Besuch eine Treppe hinauf. Es wird ihm gegenwärtig, wie doch alles immer anders wird, dahin fließt, vorbei ist, als ob es gar nicht gewesen wäre. Aber es muss doch etwas Festes geben können, sagt es zu sich. Dass ich jetzt hier die Treppe zur Tante hinaufgehe, das will ich behalten, das soll feststehen. Das Daunen und Erschrecken über die universelle Vergänglichkeit im Hinschwinden sucht sich hier einen hilflosen Ausweg. Wer sammeln würde, könnte eine reiche Kinderphilosophie berichten. Der Einwand, die Kinder hätten das vorher von Eltern oder anderen gehört, gilt offenbar gar nicht für die ernsthaften Gedanken, die ganz ursprünglich wirken. Der Einwand, dass diese Kinder doch nicht weiter philosophieren und dass also solche Äußerungen nur zufällig sein könnten, übersieht eine Tatsache. Kinder besitzen oft eine Genialität, die im Erwachsenwerden verloren geht. Es ist, als ob wir mit den Jahren in das Gefängnis von Konventionen und Meinungen der Verdeckungen und Unbefragtheiten eintreten, wobei wir die Unbefangenheit des Kindes verlieren. Das Kind ist noch offen im Zustand des sich hervorbringenden Lebens. Es fühlt und sieht und fragt, was ihm dann bald entschwindet. Es lässt fallen, was einen Augenblick sich ihm offenbarte und es später überrascht, wenn die aufzeichnenden Erwachsenen ihm berichten, was es einst gesagt und gefragt habe. Drittens. Ursprüngliches Philosophieren zeigt sich wie bei Kindern, so bei Geisteskranken. Es ist zuweilen selten, als ob die Fesseln der allgemeinen Verschleierungen sich lösten und ergreifende Wahrheit spreche. Im Beginn mancher Geisteskrankheiten erfolgen metaphysische Offenbarungen erschütternder Art, die zwar durchweg in Form und Sprache nicht von dem Range sind, dass ihre Kundgabe eine objektive Bedeutung gewönne, außer in Fällen wie dem Dichter Hölderlin oder dem Maler Van Gogh. Aber wer dabei ist, kann sich dem Eindruck nicht entziehen, dass hier eine Decke reißt, unter der wir gemeinhin unser Leben führen. Manchem Gesunden ist auch bekannt die Erfahrung unheimlich tiefer Bedeutungen im Erwachen aus dem Schlafe, die sich bei vollem Wachsein wieder verlieren und nur fühlbar machen, dass wir nun nicht mehr hindurchdringen. Es ist ein tiefer Sinn in dem Satze Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Aber die schaffende Ursprünglichkeit, der wir die großen philosophischen Gedanken schulden, liegt doch nicht hier, sondern bei Einzelnen, die in ihrer Unbefangenheit und Unabhängigkeit als wenige große Geister in den Jahrtausenden aufgetreten sind. Viertens. Da die Philosophie für den Menschen unumgänglich ist, ist sie jederzeit da in einer Öffentlichkeit, in überlieferten Sprichwörtern, in geläufigen philosophischen Redewendungen, in herrschenden Überzeugungen, wie etwa in der Sprache der Aufgeklärtheit, der politischen Glaubensanschauungen, vor allem aber vom Beginn der Geschichte an in Mythen. Der Philosophie ist gar nicht zu entrinnen. Es fragt sich nur, ob sie bewusst wird oder nicht, ob sie gut oder schlecht, verworren oder klar wird. Wer die Philosophie ablehnt, vollzieht selber eine Philosophie, ohne sich dessen bewusst zu sein. Was ist nun die Philosophie, die so universell bei Kindern, Kranken, in der Öffentlichkeit und in so sonderbaren Gestalten sich kundgibt? Das griechische Wort Philosoph, Philosophos, ist gebildet im Gegensatz zum Sophos. Es heißt, der die Erkenntnis, das Wissen, Liebende, im Unterschied von dem, der im Besitze der Erkenntnis sich einen Wissenden nannte. Dieser Sinn des Wortes besteht bis heute. Das Suchen der Wahrheit, nicht der Besitz der Wahrheit, ist das Wesen der Philosophie. Mach sie es noch so oft verraten im Dormatismus, das heißt, in einem in Sätzen ausgesprochenen, endgültigen, vollständigen und lehrhaften Wissen. Philosophie heißt, auf dem Wege sein. Ihre Fragen sind wesentlicher als ihre Antworten und jede Antwort wird zu neuer Frage. Aber dieses Auf-dem-Wege-Sein, das Schicksal des Menschen in der Zeit, birgt doch in sich die Möchtlichkeit tiefer Befriedigung, ja, in hohen Augenblicken einer Verlendung. Diese liegt nie in einem aussagbaren Gewusstsein, nicht in Sätzen und Bekenntnissen, sondern in der geschichtlichen Verwirtigung des Menschseins, dem das Sein selbst aufgeht. Diese Wirklichkeit in der Situation zu gewinnen, in der jeweils ein Mensch steht, das ist der Sinn des Philosophierens. Suchend auf dem Wege sein oder Ruhe und Verlendung des Augenblicks finden, diese beiden Sätze, die wir brachten, sind keine Definitionen der Philosophie. Philosophie hat nichts Übergeordnetes, nichts Nebengeordnetes. Sie ist nicht aus einem anderen abzuleiten. Jede Philosophie definiert sich selbst durch ihre Verwirklichung. Was Philosophie sei, das muss man versuchen. Dann ist Philosophie in eins, der Vollzug des lebendigen Gedankens und die Besinnung auf diesen Gedanken, Reflexion genannt, oder das Tun und das Darüberreden. Aus dem eigenen Versuch heraus erst kann man wahrnehmen, was in der Welt als Philosophie uns von jeher begegnet. Aber wir können immerhin weitere Formeln vom Sinn der Philosophie aussprechen, wenn auch keine Formel diesen Sinn erschöpft und keine sich als die einzige erweist. So hören wir aus dem Altertum. Philosophie sei, je nach ihrem Gegenstand, Erkenntnis der göttlichen und menschlichen Dinge, Erkenntnis des Seienden als Seienden, sei weiter ihrem Ziel nach, sterben lernen, sei das Denken der Erstreben der Glückseligkeit, Anähnlichung an das Göttliche, sei schließlich ihrem umgreifenden Sinn nach, das Wissen alles Wissens, die Kunst aller Künste, die Wissenschaft überhaupt, die nicht auf ein einzelnes Gebiet gerichtet sei. So die alten Philosophen. Heute lässt sich von der Philosophie vielleicht in folgenden Formeln sprechen. Ihr Sinn sei, die Wirklichkeit im Ursprung erblicken. Die Wirklichkeit ergreifen durch die Weise, wie ich denkend mit mir selbst umgehe, im inneren Handeln. Uns aufschließen für die Weite des Umgreifenden. Kommunikation von Mensch zu Mensch durch jeden Sinn von Wahrheit in liebendem Kampfe wagen. Vernunft noch vor dem Fremdesten und vor dem Versagenden geduldig und unablässig wach erhalten. Schließlich Philosophie ist das Konzentrierende, wodurch der Mensch er selbst wird, indem er der Wirklichkeit teilhaftig wird. Obgleich Philosophie jeden Menschen, ja, das Kind in Gestalt einfacher und wirksamer Gedanken bewegen kann, ist ihre bewusste Ausarbeitung eine nie vollendete und jederzeit sich wiederholende, stets als ein gegenwärtiges Ganzes sich vollziehende Aufgabe. Sie erscheint in den Werken der großen Philosophen und als Echo bei den Kleineren. Das Bewusstsein dieser Aufgabe wird, in welcher Gestalt auch immer wach sein, solange Menschen Menschen bleiben. Aber nicht erst heute wird Philosophie radikal angegriffen und im Ganzen verneint als überflüssig und als schädlich. Wozu sei sie da? Sie halte ja doch nicht Stand in der Not. Kirchlich autoritäre Denkart hat die selbstständige Philosophie verworfen, weil sie von Gott entferne, zur Weltlichkeit verführe, mit Nichtigem die Seele verderbe. Die politisch totalitäre Denkart erhob den Vorwurf, die Philosophen hätten die Welt nur verschieden interpretiert, es komme aber darauf an, sie zu verändern, das heißt zu bessern. Beiden Denkarten galt Philosophie als gefährlich, denn sie zersetze die Ordnung, sie fördere den Geist der Unabhängigkeit damit der Empörung und Auflehnung, sie täusche und lenke den Menschen ab von seiner realen Aufgabe, die Zugkraft eines vom offenbarten Gott erleuchteten Jenseits oder die alles für sich forrende Macht eines gottlosen Diesseits beide möchten die Philosophie zum Erlöschen bringen. Dazu kommt vom Alltag des gesunden Menschenverstandes her der einfache Maßstab der Nützlichkeit, an dem die Philosophie versagt. Thales, der für den frühesten der griechischen Philosophen gilt, wurde schon von der Macht verlacht, die ihn bei Beobachtung des Sternenhimmels in den Brunnen fallen sah. Warum sucht er das Fernste, wenn er im Nächsten so ungeschickt ist? Die Philosophie soll sich also rechtfertigen und das ist unmöglich. Sie kann sich nicht rechtfertigen aus einem Anderen, für das sie infolge ihrer Brauchbarkeit Berechtigung habe. Sie kann sich nur wenden an die Kräfte, die in jedem Menschen in der Tat zum Philosophieren drängen. Sie kann wissen, dass sie eine zweckfreie, jeder Frage nach Nutzen und Schaden in der Welt enthobene Sache des Menschen als solchen betreibt und dass sie sich verwirklichen wird, solange Menschen leben. Noch die ihr feindlichen Mächte können nicht umhin, den ihnen selbst eigenen Sinn zu denken und dann zweckgebundene Denkgebilde hervorzubringen, die ein Ersatz der Philosophie sind, aber unter den Bedingungen einer gewollten Wirkung stehen, wie der Marxismus, der Faschismus und andere. Auch diese Denkgebilde bezeugen noch die Unausweichtigkeit der Philosophie für den Menschen. Die Philosophie ist immer da. Nicht kämpfen kann sie, nicht sich beweisen, aber sich mitteilen. Sie leistet keinen Widerstand, wo sie verworfen wird. Sie triumphiert nicht, wo sie gehört wird. Sie lebt in der Einmütigkeit, die im Grunde der Menschheit alle mit allem verbinden kann. Philosophie in großem Stil und im systematischen Zusammenhang gibt es seit zweieinhalb Jahrtausenden im Abendland, in China und Indien. Eine große Überlieferung spricht uns an. Die Vielfachheit des Philosophierens, die Widersprüche und die sich gegenseitig ausschließenden Wahrheitsansprüche können nicht verhindern, dass im Grunde ein eines wirkt, das niemand besitzt und um das jederzeit alle ernsten Bemühungen kreisen. Die ewige eine Philosophie, die Philosophia per Ennis. Auf diesem geschichtlichen Grund unseres Denkens sind wir angewiesen, wenn wir mit hellstem Bewusstsein und wesentlich denken wollen. Die Geschichte der Philosophie hat als methodisches Denken ihre Anfänge vor zweieinhalb Jahrtausenden, viel früher aber als mythisches Denken. Anfang aber ist etwas anderes als Ursprung. Der Anfang ist historisch und bringt für die Nachfolgenden eine wachsende Menge von Voraussetzungen durch die nun schon geleistete Denkarbeit. Ursprung aber ist jederzeit die Quelle, aus der der Antrieb zum Philosophieren kommt. Durch ihn erst wird die je gegenwärtige Philosophie wesentlich die frühere Philosophie verstanden. Dieses Ursprüngliche ist vielfach. Aus dem Staunen folgt die Frage und die Erkenntnis. Aus dem Zweifel am Erkannten die kritische Prüfung und die klare Gewissheit. Aus der Erschütterung des Menschen und dem Bewusstsein seiner Verlorenheit die Frage nach sich selbst. Vergegenwärtigen wir uns zunächst diese drei Motive. Erstens Plato sagte, der Ursprung der Philosophie sei das Erstaunen. Unser Auge hat uns des Anblicks der Sterne, der Sonne und des Himmels Gewölbes teilhaftig werden lassen. Dieser Anblick hat uns den Trieb zur Untersuchung des Alls gegeben. Daraus ist uns die Philosophie erwachsen, das größte Gut, das dem sterblichen Geschlecht von den Göttern verliehen wird. Soweit Plato und Aristoteles Denn die Verwunderung ist es, sagt er, was die Menschen zum Philosophieren trieb. Sie wunderten sich zuerst über das ihnen aufstoßende Befremdliche, gingen dann allmählich weiter und frachten nach den Wandlungen des Monds, der Sonne, der Gestirne und der Entstehung des Alls. Sich Wundern drängt zur Erkenntnis. Im Wundern werde ich mir des Nichtwissens bewusst. Ich suche das Wissen, aber um des Wissens selber Willen nicht zu irgendeinem gemeinen Bedarf, wie Aristoteles sagt. Das Philosophieren ist wie ein Erwachen aus der Gebundenheit an die Lebensnot durft. Das Erwachen vollzieht sich im zweckfreien Blick auf die Dinge, den Himmel und die Welt. In den Fragen, was das alles und woher das alles sei. Fragen, deren Antwort keinem Nutzen dienen soll, sondern an sich Befriedigung gewährt. Zweitens habe ich solche Befriedigung meines Staunens und Bewunderns in der Erkenntnis des Seienen gefunden, so meldet sich bald der Zweifel. Zwar häufen sich die Erkenntnisse, Aber bei kritischer Prüfung ist nichts gewiss. Die Sinneswahrnehmungen sind durch unsere Sinnesorgane bedingt und täuschend, jedenfalls nicht übereinstimmend mit dem, was außer mir, unabhängig vom wahrgenommen werden, an sich ist. Unsere Denkformen sind die unseres menschlichen Verstandes. Sie verwickeln sich in unlösbare Widersprüche, über als den Behauptungen gegen Behauptungen. Philosophierend ergreife ich den Zweifel, versuche ihn radikal durchzuführen, nun aber entweder mit der Lust an der Verneinung durch den Zweifel, der nichts mehr gelten lässt, aber auch seinerseits keinen Schritt vorantun kann, oder mit der Frage, wo denn Gewissheit sei, die allem Zweifel sich entziehe und bei Redlichkeit jeder Kritik standhalte. Der berühmte Satz des Descartes aus dem 17. Jahrhundert »Ich denke, also bin ich« war ihm unbezweifelbar gewiss, wenn er nach ein anderen allem anderen gezweifelt hatte. Denn selbst die vollkommene Täuschung in meinem Erkennen die ich vielleicht nicht durchschaue, kann mich nicht auch darüber täuschen, dass ich doch bin, wenn ich in meinem Denken getäuscht werde. Der Zweifel wird als methodischer Zweifel die Quelle kritischer Prüfung jeder Erkenntnis. Daher ohne radikalen Zweifel kein wahrhaftiges Philosophieren, aber entscheidend ist, wie und wo durch den Zweifel selbst der Boden der Gewissheit gewonnen wird. Und nun drittens, hingegeben an die Erkenntnis der Gegenstände in der Welt, im Vollzug des Zweifels als des Weges zur Gewissheit, bin ich bei den Sachen, denke ich nicht an mich, nicht an meine Zwecke, mein Glück, mein Heil, vielmehr bin ich selbst vergessen, befriedigt im Vollzug jener Erkenntnisse als solcher. Das wird anders, wenn ich meiner selbst in meiner Situation mir bewusst werde. Der Storiker Epiktet im ersten Jahrhundert nach Christus sagte, der Ursprung der Philosophie ist das Gewahrwerden der eigenen Schwäche und Ohnmacht. Wie helfe ich mir in der Ohnmacht? Seine Antwort lautete, indem ich alles, was nicht in meiner Macht steht, als für mich gleichgültig betrachte in seiner Notwendigkeit, dagegen, was an mir liegt, nämlich die Weise und der Inhalt meiner Vorstellungen durch Denken zur Klarheit und Freiheit bringe. Vergewissern wir uns unserer menschlichen Lage. Wir sind immer in Situationen. Die Situationen wandeln sich. Gelegenheiten treten auf. Wenn sie versäumt wären, kehren sie nicht wieder. Ich kann selber an der Veränderung der Situation arbeiten. Aber es gibt Situationen, die in ihrem Wesen bleiben, auch wenn ihre augenblickliche Erscheinung anders wird. Und ihre überwältigende Macht sich in Schleier hüllt. Ich muss sterben. Ich muss leiden. Ich muss kämpfen. Ich bin dem Zufall unterworfen. Ich verstricke mich unausweichlich in Schuld. Diese Grundsituationen unseres Daseins nennen wir Grenzsituationen. Das heißt, es sind Situationen, über die wir nicht hinaus können, die wir nicht ändern können. Das Bewusstwerden dieser Grenzsituationen ist nach dem Staunen und dem Zweifel der tiefere Ursprung der Philosophie. Im bloßen Dasein weichen wir oft vor ihnen aus, indem wir die Augen schließen und leben, als ob sie nicht wären. Wir vergessen, dass wir sterben müssen, vergessen unser schuldig sein und unser Preis gegeben sein an den Zufall. Wir haben es dann nur mit den konkreten Situationen zu tun, die wir meistern zu unseren Gunsten und auf die wir reagieren durch Plan und Handeln in der Welt, getrieben von unseren Daseinsinteressen. Auf Grenzsituationen aber reagieren wir entweder durch Verschleierung oder wenn wir sie wirklich erfassen, durch Verzweiflung und durch Wiederherstellung. Wir werden wir selbst in einer Verwandlung unseres Seinsbewusstseins. Machen wir unsere menschliche Lage auf andere Weise deutlich als die Unzuverlässigkeit allen Weltseins. Die Frachlosigkeit in uns nimmt die Welt als das Sein schlechthin. In glücklicher Lage jubeln wir aus unserer Kraft. haben gedankenloses Zutrauen, kennen nichts anderes als unsere Gegenwärtigkeit. Im Schmerz, in der Kraftlosigkeit, in der Ohnmacht verzweifeln wir. Und wenn es überstanden ist und wir noch leben, so lassen wir uns wieder selbst vergessen hineingleiten in das Leben des Glücks. Aber der Mensch ist aus solchen Erfahrungen klug geworden. Die Bedrohung drängt ihn, sich zu sichern. Naturbeherrschung und menschliche Gemeinschaft sollen das Dasein garantieren. Der Mensch bemächtigt sich der Natur, um ihren Dienst sich verfügbar zu machen. Natur soll durch Erkenntnis und Technik verlässlich werden. Doch in der Beherrschung der Natur bleibt immer die Unberechenbarkeit und damit die ständige Bedrohung und dann das Scheitern im Ganzen. Die schwere, mühsame Arbeit, Alter, Krankheit und Tod sind nicht abzuschaffen. Alles verlässlich werden beherrschter Natur ist nur ein besonderes im Rahmen der totalen Unverlässlichkeit. Und der Mensch vereinigt sich nun zur Gemeinschaft, um den endlosen Kampf aller gegen alle einzuschränken und am Ende auszuschalten. In gegenseitiger Hilfe will er Sicherheit gewinnen. Aber auch hier bleibt die Grenze. Nur wo Staaten in einem Zustand wären, dass jeder Bürger so zum Anderen steht, wie es die absolute Solidarität fordert, da könnten Gerechtigkeit und Freiheit im Ganzen sicher sein. Denn nur dann stehen, wenn einem Unrecht geschieht, die Anderen wie ein Mann dagegen. Das war niemals so. Immer ist es ein begrenzter Kreis von Menschen oder es sind nur Einzelne, die für ein Anderen im Äußersten auch in der Ohnmacht wirklich dableiben. Kein Staat, keine Kirche, keine Gesellschaft schützt absolut. Solcher Schutz war die schöne Täuschung ruhiger Zeiten, in denen die Grenze verschleiert blieb. Gegen die gesamte Unverlässlichkeit der Welt aber steht doch das Andere. In der Welt gibt es das Glaubwürdige, das Vertrauen Erweckende, gibt es den tragenden Grund, Heimat und Landschaft, Eltern und Vorfahren, Geschwister und Freunde, die Gatten. Es gibt den geschichtlichen Grund der Überlieferung in der eigenen Sprache, im Glauben, im Werk der Denker, der Dichter und Künstler. Aber auch diese gesamte Überlieferung gibt keine sichere Geborgenheit, auch sie keine absolute Verlässlichkeit, denn als was sie an uns herantritt, ist alles Menschenwerk, nirgends ist Gott in der Welt. Die Überlieferung bleibt immer zugleich Frage. Jederzeit muss der Menschen Blick auf sie aus eigenem Ursprung finden, was ihm Gewissheit sein Verlässlichkeit ist. Aber in der Unverlässlichkeit allen Weltseins ist der Zeiger aufgerichtet. Er verbietet in der Welt Genüge zu finden, er weist auf ein anderes. Die Grenzsituationen, Tod, Zufall, Schuld und die Unzuverlässigkeit der Welt zeigen mir das Scheitern. Was tue ich angesichts dieses absoluten Scheiterns, dessen Einsicht ich bei redlicher Vergegenwärtigung mich nicht entziehen kann? Der Rat des Stoikers sich auf die eigene Freiheit in der Unabhängigkeit des Denkens zurückzuziehen tut uns nicht genug. Der Stoiker irrte, indem er die Ohnmacht des Menschen nicht radikal genug sah. Er verkannte die Abhängigkeit auch des Denkens, das an sich leer ist, angewiesen auf das, was ihm gegeben wird. Und er verkannte die Möchlichkeit des Wahnsinns. Der Stoiker lässt uns trostlos in der bloßen Unabhängigkeit des Denkens, weil diesem Denken aller Gehalt fehlt. Er lässt uns hoffnungslos, weil jeder Versuch einer Spontaneität innerer Überwindungen, weil jede Erfüllung durch einen sich geschenkt werden in der Liebe und weil die hoffende Erwartung des Möglichen ausbleibt. Aber was der Stoiker will, ist echte Philosophie. Der Ursprung in den Grenzsituationen bringt den Grundantrieb, im Scheitern den Weg zum Sein zu gewinnen. Es ist entscheidend für den Menschen, wie er das Scheitern erfährt. Ob es ihm verborgen bleibt und ihn nur faktisch am Ende überwältigt oder ob er es unverschleiert zu sehen vermach und als ständige Grenze seines Daseins gegenwärtig hat. Ob er fantastische Lösungen und Beruhigungen ergreift oder ob er redlich hinnimmt im Schweigen vor dem Undeutbaren. Wie er sein Scheitern erfährt, das begründet, wozu der Mensch wird. In den Grenzsituationen zeigt sich entweder das Nichts oder es wird fühlbar, was trotz und über allem verschwindenden Weltsein eigentlich ist. Selbst die Verzweiflung wird durch ihre Tatsächlichkeit, dass sie in der Welt möglich ist, ein Zeiger über die Welt hinaus. Anders gesagt, der Mensch sucht Erlösung. Erlösung wird geboten durch die großen universalen Erlösungsregionen. Ihr Kennzeichen ist eine objektive Garantie für die Wahrheit und Wirklichkeit der Erlösung. Ihr Weg führt zum Akt der Bekehrung des Einzelnen. Dies vermacht Philosophie nicht zu geben. Und doch ist alles Philosophieren ein Weltüberwinden, ein Analogon der Erlösung. Fasse ich zusammen, der Ursprung des Philosophierens liegt im Verwundern, im Zweifel, im Bewusstsein von Verlorenheit. In jedem Falle beginnt es mit einer den Menschen ergreifenden Erschütterung und immer sucht es aus der Betroffenheit heraus ein Ziel. Plato und Aristoteles suchten aus der Verwunderung das Wesen des Seins. Descartes suchte in der Endlosigkeit des Ungewissen das zwingend Gewisse. Die Stoiker suchten in dem Leiden des Daseins die Ruhe der Seele. Jede dieser Betroffenheiten hat ihre Wahrheit je in dem geschichtlichen Kleid ihrer Vorstellungen und ihrer Sprache. Wir dringen in geschichtlicher Aneignung durch sie zu den Ursprüngen die noch in uns gegenwärtig sind. Der Drang geht zum verlässlichen Boden zur Tiefe des Seins zur Verewigung. Aber vielleicht ist keiner dieser Ursprünge der auch für uns ursprünglichste Bedingungslose. Die Offenbarkeit des Seins für die Verwunderung lässt uns Atem holen, aber verführt uns, uns den Menschen zu entziehen und einer reinen zauberhaften Metaphysik zu verfallen. Die zwingende Gewissheit hat ihren Bereich nur in der Welt Orientierung durch wissenschaftliches Wissen. Die unerschütterliche Haltung der Seele im Stoizismus gilt uns nur als Übergang in der Not, als Rettung vor dem völligen Verfall, aber sie selbst bleibt ohne Gehalt und Leben. Die drei wirksamen Motive erschöpfen nicht, was uns im gegenwärtigen Philosophieren bewegt. In diesem Zeitalter des radikalsten Einschnitts der Geschichte von unerhörtem Zerfall und nur dunkel geahnten Chancen sind die bisher vergegenwärtigten drei Motive zwar gültig, aber nicht ausreichend. Sie werden unter eine Bedingung gestellt, die der Kommunikation zwischen Menschen. In der Geschichte bis heute war eine selbstverständliche Verbundenheit von Mensch zu Mensch in verlässlichen Gemeinschaften Institutionen und dem allgemeinen Geist, noch der einsame war in seiner Einsamkeit gleichsam getragen. Heute ist der Zerfall am fühlbarsten darin, dass immer mehr Menschen sich nicht verstehen, sich begegnen und auseinanderlaufen, gleichgültig gegeneinander, dass keine Treue und Gemeinschaft mehr fraglos und verlässlich ist. Dass ich mit dem Anderen in der Wahrheit einig werden kann und es nicht kann. Dass mein Glaube, gerade wenn ich mir gewiss bin, auf anderen Glaubens stößt. Dass irgendwo an der Grenze immer der Kampf ohne Hoffnung auf Einheit zu bleiben scheint, mit dem Ausgang von Unterwerfung oder Vernichtung. Dass Weichheit und Widerstandslosigkeit die Glaubenslosen sich entweder blind anschließen oder eigensinnig trotzen lässt. Alles das ist nicht beiläufig und unwesentlich. Das könnte es sein, wenn es für mich in der Isolierung eine Wahrheit gäbe, an der ich genug hätte. Jenes Leiden an mangelnder Kommunikation und jene einzigartige Befriedigung in echter Kommunikation machte uns philosophisch nicht so betroffen, wenn ich für mich selbst in absoluter Einsamkeit der Wahrheit gewiss wäre. Aber ich bin nur mit dem Anderen. Allein bin ich nichts. Kommunikation nicht bloß von Verstand zu Verstand, von Geist zu Geist, sondern von Existenz zu Existenz hat alle unpersönlichen Gehalte und Geltungen nur als ein Medium. Rechtfertigen und Angreifen sind dann Mittel, nicht um Macht zu gewinnen, sondern um sich nahe zu kommen. Der Kampf ist ein liebender Kampf, in dem jeder dem Anderen alle Waffen ausliefert. Gewissheit eigentlichen Seins ist allein in jener Kommunikation, in der Freiheit mit Freiheit, in rückhaltlosem gegeneinander durch Miteinander steht. Alles umgehen mit dem Anderen nur Vorstufe ist, im Entscheidenden aber gegenseitig alles Zugemutes an den Wurzeln gefragt wird. Erst in der Kommunikation verwirklicht sich alle andere Wahrheit. In ihr allein bin ich ich selbst, lebe ich nicht bloß, sondern erfülle das Leben. Gott zeigt sich nur indirekt und nicht ohne Liebe von Mensch zu Mensch. Die zwingende Gewissheit ist partikular und relativ dem Ganzen untergeordnet. Der Zioizismus wird zur leeren und starren Haltung. Die philosophische Grundhaltung, deren gedanklichen Ausdruck ich Ihnen vortrage, wurzelt in der Betroffenheit vom Ausbleiben der Kommunikation, in dem Drang zu echter Kommunikation und in der Möchtlichkeit liebenden Kampfes mit Selbstsein in der Tiefe verbindet. Und dieses Philosophieren wurzelt zugleich in jenen drei philosophischen Betroffenheiten, die alle unter die Bedingung gestellt werden, was sie bedeuten, sei es als Helfer oder sei es als Feinde für die Kommunikation von Mensch zu Mensch. So gilt, der Ursprung der Philosophie liegt zwar im Sich Verwundern, im Zweifel, in der Erfahrung der Grenzsituationen, aber zuletzt dieses Alles in sich schließend in dem Willen zur eigentlichen Kommunikation. Das zeigt sich von Anfang an schon darin, dass alle Philosophie zur Mitteilung drängt, sich ausbricht, gehört werden möchte, dass ihr Wesen die Mitteilbarkeit selbst ist und diese unablösbar vom Wahrsein ist. Erst in der Kommunikation wird der Zweck der Philosophie erreichen, in dem der Sinn aller Zwecke zuletzt gegründet ist, das Innewerden des Seins, die Erhellung der Liebe, die Vollendung der Ruhe. 3 2 3 2 1 2 7 2 1